Was kommen die? Ich hab nur Scheißwaffen. Was ist das für ein Geschimmel? Was? Warum macht das keinen Schaden? Eine Dreier- und eine Einergruppe gibt es. Was ist das für ein Geschimmel? Das hat mich eben schon irritiert. Die Zone macht fünf Schaden. Zehn Schaden. Der hat ordentlich Schaden. Wow. Einer noch. Was ist das für ein Ding? Das ist der letzte. Das ist der Gegner. Oh mein Gott. Ähm. Schau dich um. Du musst die Zone abschimmeln. Vielleicht kriegst du irgendwo noch Heilung. Zu spät. Nee, an den Luftballern kommst du nicht mehr dran. Die macht, ähm, zehn Schaden. Ähm. Er wird sehr wahrscheinlich sich nicht heilen können. Ähm. Baue dich ein. Schimmel die Zone ab. Nicht, dass irgendwas Blödes ist, dass er sich in die Luft jagt oder sowas. Der hat mich eben schon irritiert. Ich hoffe, er kriegt so einen Schaden. Weil eventuell, wenn der da so rum am Glitschen ist. Krass. Kein Schaden kriegen. Was ist das? Die Kuh mit so einem Marshmallow-Ding. Du kannst ihn auch nicht bewegen. Berühr den besser nicht. Nicht, dass er irgendwie noch wie so ein Katapultisch weg transportiert. Oh meine Güte. Was ein Schimmler. Bau ihn ein. Im Ernst, bau ihn ein. Geil. BD. Alles klar, liebe Leute. Kurze Analyse. Ähm. Ja, wie ihr sehen könnt, ähm, bewegt sich die Kamera nicht normal. Da ist er. Warte. Was? Da macht er die Kuh auf? Oder? Ach nein, jetzt sind die ersten Sekunden nicht drauf. Käfen.